Was wäre, wenn man alle Sicherheiten aufgibt und einfach aufbricht, weil die Neugier größer ist als die Angst? Hinein in ein unberechenbares Abenteuer, das viel länger dauert als gedacht. Und das Unvorstellbare erreicht. Wir sind Thomas Rahn und Sabine Hoppe und wir hatten Lust, die Welt ein Stückchen besser kennenzulernen. Das beeindruckt mich sehr, dass ich tief bin. Das ist gut gemacht, tolle Bilder und man kriegt echt viele neue Eindrücke. Das ist gut. Das ist gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.